Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Lukas Manko und ich möchte mit dir heute mal ein bisschen über den Grund reden, wieso ich eigentlich YouTube-Videos und Podcast-Folgen veröffentliche und generell kostenlosen Content zur Verfügung stelle. Und ich habe dazu auch schon ein paar Nachrichten bekommen, die waren sehr nett geschrieben, wo dann auch gefragt wurde, wieso machst du das eigentlich, wieso gibst du kostenlosen Content über das ganze Thema und auch noch teilweise sehr detailliert dazu raus. Und ich hoffe, dass ich die Frage hier mal einfach mal ein bisschen beantworten kann und dir dazu ein bisschen meine Meinung auch für die Zukunft erzählen kann. Und das Ganze sind eigentlich drei Gründe und die möchte ich dir jetzt einfach mal kurz und knackig mal ein bisschen erzählen. Der erste Grund, ich denke, das ist jeder, der irgendwie einen Podcast hat, einen YouTube-Kanal. Mir macht das Ganze extrem Spaß und das macht es mir wirklich. Das Ganze war wirklich so ein bisschen, als ich das angefangen habe, als ganz, ja, Experiment besser, ja, so kann man es gut beschreiben, als Experiment gedacht. Ich habe ein paar Videos mit der Kamera aufgenommen, ich weiß noch, gesprochen, ich glaube, ich habe für so eine Aufnahme hier ein, zwei Stunden für ein Video gebraucht, auch weil ich mir so unsicher war und ich wollte das einfach auch ein bisschen für mich sehen, um ein bisschen, ja, selbstbewusster zu werden, ein bisschen freier zu sprechen, besser vor der Kamera zu werden und es einfach so ein bisschen als Experiment zu sehen, ob das ankommt, so ein bisschen diesen Weg zum Erfolg zu zeigen. Und das hat anscheinend ganz gut funktioniert, das haben einige Leute dann auch langsam gesehen und das war wirklich einfach nur so ein ganz, ganz einfaches Startprojekt und mir macht es extrem viel Spaß und besonders der Podcast ist auch so eine richtige Leidenschaft mittlerweile geworden, einfach, ja, Content aufzunehmen, ein bisschen vor der Kamera zu reden und dazu wirklich knackigen, guten Content zu haben. Und ich finde einfach diesen Vergleich und einfach diese, ja, diese Macht von YouTube und einem Podcast einfach wahnsinnig. Ja, wenn man ein Lehrer ist, dann unterrichtet man eine Stunde lang eine Klasse, erreicht er mit 30 Leute. Wenn man aber so ein YouTube-Video hier hochlädt, erreiche ich teilweise dadurch 600.000 Leute, die sich sowas anschauen. Und das ist schon wahnsinnig, wie viel Menschen man tatsächlich helfen kann. Und das ist so ein bisschen auch wirklich der Hauptgrund, wieso ich das mache, weil es mir einfach super, super viel hilft. Und wenn ich nur einer einzigen Person mit irgendeinem Video weiterhelfen kann und der irgendwie helfen kann, ihr eigenes Amazon-Business aufzubauen, Produkte zu launchen, ein eigenes Einkommen aufzubauen, ist das schon ein super tolles Gefühl und die Nachrichten, die ich bekomme, sind auch immer extrem erfüllend. Und ich denke, ja, jeder Mensch sollte sich so ein bisschen fragen, wieso ist man auf der Welt? Und das Ziel sollte ja immer so ein bisschen sein, die Welt immer ein bisschen besser zu verlassen, als man sie oder als man vorher draufgekommen ist, sage ich mal. Und ich, ja, das ist so ein bisschen diese Mission hinter dem Ganzen, wieso ich das auch mache und auch viel Arbeit reinstecke und das Ganze einfach mir extrem viel Spaß macht. Dann kommt natürlich, denke ich, auch jetzt in diesem Zusammenhang, bevor wir zum zweiten Punkt gehen, ein bisschen die Frage des Geldes auf. Und da möchte ich auch ganz transparent sein und dir dazu ein bisschen meine Meinung zu erzählen. Weil man kann ja auch sagen, okay, wenn du es dir so viel Spaß macht, kostenlosen Content rauszuholen, Leuten zu helfen, wieso verkaufst du dann irgendwas, wieso verdienst du denn mit dem Ganzen dann im Endeffekt überhaupt Geld? Und generell muss man dazu sagen, dass das Geld sowieso nur ein ganz klares Nebenprodukt ist. Es gibt viele Leute, die sowas als Hauptberuf dann tatsächlich ansehen, das Coaching-Business, Kurse verkaufen und so weiter. Für mich ist mein Hauptunternehmen ganz klar Amazon FBA, mein Passion-Project, was mir extrem viel Spaß macht, wo ich auch in den innovativen Bereich gehen muss und hier liegt mein voller Fokus eigentlich und hier beschäftige ich mich wirklich hauptsächlich mit und das soll auch immer so sein. Ich möchte also nicht irgendwann auch nicht jemand werden, der sich komplett auf so ein Coaching-Business fokussiert, damit dann irgendwie seine Einnahmen macht und dann irgendwas erzählt, dass er hier wieder was Tolles macht und so weiter, sondern mein eigenes Business wirklich, das Amazon FBA-Business, was es halt zurzeit ist, ist immer der Hauptfokus und das probiere ich halt nebenbei zu begleiten und hier den bestmöglichen Content mitzuliefern. Und dann ist es bei mir so und jedenfalls, ich denke, das ist bei vielen Leuten so, bin ich zum Beispiel sehr, sehr dankbar, wenn man mir hilft. Ein super Beispiel dazu ist Matthew Morgwitsch und Gary Vaynerchuk. Von denen habe ich bis jetzt alles gekauft, was sie jemals veröffentlicht haben. Bücher, Journals, jetzt von Matthew das neue, das habe ich mir auch direkt gekauft, das kommt demnächst an und generell auch Kurse. Ich finde es einfach super, wenn mir Leute helfen, dann gebe ich extrem gerne was zurück und kriege ja dafür auch was. Es ist ja nicht so, dass ich Geld an die verschenke, sondern ich kriege dafür auch was, was extrem wertvoll ist und extrem qualitativ hochwertig ist und mir super weiterhilft. Das heißt, dieses Projekt oder allgemein dieser Prozess des Geben und Nehmens ist hier ganz klar gegeben. Und ich denke, das ist auch super, super sinnvoll und das denke ich, mache ich jedenfalls so und ich denke, das machen auch viele andere so, dass wenn ich oder mir jemand zum YouTube-Videos, durch Podcasts und so weiter hilft, dann kaufe ich gerne von dem auch einfach nur, um ihn zu unterstützen, den Kurs, das Buch und so weiter, einfach nur um was zurückzugeben, weil ich sonst tatsächlich ein kleines schlechtes Gewissen habe, so viel zu nehmen und dann nicht wenigstens was Kleines und das, was er mir jedenfalls geholfen hat, zurückzugeben. Und hier habe ich auch eine sehr interessante Folge von Pat Flynn und Ryan Daniel Moran letztens gehört. Wenn du Pat Flynn nicht kennst, er hat einen riesen Podcast mit 60.000 Aufrufen in Amerika und der monetarisiert das oder hatte es halt nur durch Affiliate-Einnahmen. Er hatte keinen eigenen Kurs, was er verkauft hat, nichts eigenes und hat tatsächlich am Tag extrem viele Anfragen und allgemeine Nachrichten bekommen, ob die Leute nicht was von ihm kaufen könnten. Das heißt, er wurde extrem oft gefragt, hey, hast du was, was ich kaufen kann? Hast du hierzu vielleicht einen Kurs erstellt irgendwann mal ein Buch und so weiter? Und er hat einfach extrem viele Anfragen bekommen, weil die Leute einfach was zurückgeben wollten. Die wollten ihm wirklich was geben, ihm wurde viel geholfen durch die Podcast-Folgen und die wollten ihm dann auch was zurückgeben, dieses Prinzip des Geben und Nehmens. Und tatsächlich, da er damals kein eigenes Produkt hatte, irgendeinen Kurs oder sonstiges, konnte er im Endeffekt nicht alle Leute glücklich machen. Das, denke ich, ist dahinter auch so ein bisschen die richtige Einstellung, denn dadurch, dass man was anbietet, wo einem Leute auch ein bisschen was zurückgeben können, wo man natürlich auch extrem Mehrwert liefert, ganz, ganz wichtig, durch Kurse, durch Bücher und so weiter, die super, super hochwertig sind, macht man im Prinzip oder schafft man es, mehr Leute zufriedenzustellen. Denn wenn ich oder wenn ich jemanden täglichen Podcast höre, über 100 Folgen und da drin wäre irgendwie, und er würde mir super weiterhelfen und ich würde ihm nichts zurückgeben oder nichts von ihm kaufen, hätte ich ein richtig schlechtes Gewissen. Und im Endeffekt macht er mich glücklich, dadurch, was er was zum Verkauf anbietet. Und ich denke, dass man dadurch, durch diese Verkaufsebene, wirklich alle Leute, allen, denen man hilft, wirklich glücklich machen kann. Und letztendlich stört es ja keinen, den man, oder wenn man irgendwas verkauft, dann ist es ja so, dass man dadurch erstmal überhaupt keinem schadet. Oder auch Leute, die das nicht kaufen wollen, können ganz normal Content weiterverfolgen, sind auch glücklich. Und die Leute, die was zurückgeben wollen und einen wirklich richtig supporten und hier auch unterstützen wollen, die sind auch glücklich, weil die dazu die Möglichkeit haben. Das ist so ein bisschen dieser ganze Prozess dazu. Natürlich bringt das Geld durch Affiliate-Einnahmen, durch Kursverkäufe und so weiter. Aber wie gesagt, nur das Nebenprodukt und überhaupt nicht der Grund, wieso ich das Ganze hier mache. Und das, was ich dir eben gesagt habe, ist dazu so ein bisschen mal meine ganze Philosophie, die ich da so ein bisschen zu habe. Der zweite große Grund, wieso ich das mache, ist so ein bisschen so dieser Türöffner. Und das ist wirklich wahnsinnig hilfreich, muss man dazu sagen. Also wirklich durch so einen YouTube-Kanal und allgemein dadurch, dass man einen Blog hat, einen Podcast, kommt man einfach so schnell an Leute ran, die einem extrem viel weiterhelfen können. Und allgemein auch an Beziehungen, Geschäftsbeziehungen und so weiter und teilweise auch super Mitarbeiter. Ich arbeite zum Beispiel jetzt mit jemandem zusammen aus der Community. Da habe ich eine E-Mail geschickt, jemanden gefunden, der extrem cool ist, mit dem ich super zusammenarbeiten kann und habe hier einen perfekten Kontakt gefunden, den ich sonst niemals bekommen hätte. Und allgemein auch zu sehr erfolgreichen Personen kommst du super schnell ran. Jeder kennt irgendwie jeden und ich bin demnächst auch mit Matthew Moggridge und anderen auf einem Event, wo ich auch Speaker sein werde. Und da kommt man einfach so einfach an solche Leute ran, zu denen man noch vor einem halben Jahr, einem Jahr aufgeschaut hat, was wirklich die Vorbilder waren und ist einfach ein extremer Türöffner für neue Möglichkeiten, neue Geschäftsmöglichkeiten, aber auch Beziehungen und auch zu super Kontakten, weil man dadurch einfach ein bisschen publik ist und die Leute einem oft auch irgendwie so Kontakt herstellen wollen, weil sie halt auch was zurückgeben wollen. Das ist hier auch ein sehr, sehr großer Grund. Und der letzte Grund ist ein bisschen eigensinnig und ich denke, das ist aber so ein bisschen der langfristigste Grund, wieso ich das Ganze mache, ist, ich habe vor, in der Zukunft noch irgendwas ganz, ganz Großes zu machen. Sei es ein extremes, erfolgreiches, innovatives Startup oder das extrem innovative Produkt. Also wirklich was, was den größten Mehrwert liefert, den es gibt. Und das Problem ist, wenn man neue Produkte auf den Markt bringt oder sonst irgendwas, dann fehlt einem meistens immer die Audience. Du kannst das beste Produkt haben, aber wenn du keine Leute hast, die sich das Ganze ansehen, kaufen und eventuell teilen und an die Welt bringen, dann bringt dir das Ganze nichts. Und das ist sozusagen so ein bisschen dieser YouTube, ihr wirklich, die das Ganze schaut, so ein bisschen dann dieses Startbrett für das Projekt, was ich in fünf, in zehn Jahren vielleicht angehen werde, oder dann auf den Beinen steht, dass ich dann darum bitte, ja, könnt ihr vielleicht diesen Post teilen oder könnt ihr das Produkt teilen oder die Seite auf Gefällt mir drücken oder sonst irgendwas, dass dadurch sozusagen meine Idee, das Startup, die innovative Produktidee wirklich nach außen kommt, mehr Leute erreicht und vielleicht dann auch vielleicht eine Person trifft, die wirklich der entscheidende Faktor ist, das Ganze dann durch die Decke geht. Zum Beispiel hat irgendjemand aus der Community, der es dann teilt, in der Freundesliste einen Investor und dieser Investor ist genau der, den wir bräuchten und schon hat man dadurch einfach den extremen Türöffner wieder letztendlich und er schafft es wirklich, sein Projekt nach außen zu bringen. Das heißt, der wirklich richtig langfristige Weg ist dadurch einfach für riesengroße, innovative Projekte und Produkte dieses Startbrett zu haben und dann einfach sozusagen zu sagen, hey, ja, ihr könntet, wollt ihr mir helfen, das einmal zu teilen und schon hat man dadurch schon ein bisschen mehr erreicht, man hat es ein bisschen nach außen gebracht, bekommt Feedback zum Produkt, zum Startup, zur Technologie und so weiter und kann daran schon mal so ein bisschen den Markt testen, gar nicht, um damit Kunden zu bekommen, aber einfach, um so eine Idee in die Welt zu teilen und dadurch einfach die Reichweite direkt zu nutzen und natürlich dann auch über die Kontakte weiter an der Reichweite zu arbeiten. Das sind so ein bisschen diese Hauptgründe und nicht nur ein bisschen die Hauptgründe, das sind genau die drei Gründe, einmal, weil es extrem Spaß macht und ich denke, sonst würde man sowas auch nicht machen, weil es ist super, super zeitaufwendig und nicht einfach und der zweite Grund ganz nah, weil es ein Türöffner ist, man hat super Geschäftsbeziehungen, das war aber niemals von Anfang an der Grund, das wusste ich ja gar nicht, dass es so überhaupt funktionieren wird, aber es ist halt einfach ein super Türöffner zu neuen Beziehungen, zu neuen Leuten, die man kennenlernt und dann als Räderpunkt ganz nah für das Big Project, was es jetzt noch nicht gibt und was vielleicht mal in der Zukunft kommt, wo, ja, ich dich darum bitte, dass du das vielleicht mal teilen kannst oder hier drei Freunden schicken kannst oder auf Facebook posten kannst und so weiter, dass hier durch das Projekt ein bisschen an die Öffentlichkeit kommt und dann vielleicht so ein kleiner viraler Effekt entsteht und wir wirklich damit ganz, ganz vielen Leuten helfen können, erreichen können und wirklich was richtig, richtig Großes in die Welt schaffen, ja. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen, so ein bisschen diese Vision des Ganzen, dieses Projekt des YouTube Podcasts, ein bisschen zu zeigen, wieso ich das überhaupt mache und dir hier so ein bisschen mal meine Gedanken offen zu legen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wir sehen uns in den nächsten wieder. Bis dann.